Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. GOP ist jetzt mit einer neuen Dienstleistung für Sie da, und zwar mit dem GOP-Service, wo sämtliche Garantiearbeiten an Haushalt und Küchengeräten und selbstverständlich auch alle anderen Reparaturen ausführt, wenn das einmal nötig werden soll. Dank dem Netz von Servicestellen in der ganzen Schweiz wird Ihr Gerät prompt und zuverlässig in den Stand gestellt. Wenn Sie nicht in der Nähe einer GOP-Service-Stelle wohnen, nimmt selbstverständlich jede GOP-Verkaufsstelle allfällige Reparaturaufträge entgegen. Für grössere Geräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke oder Tiefkühltruhe ist der mobile GOP-Service zuständig. Erfahrene Fachleute kommen mit diesen Servicewagen zu Ihnen nach Hause und reparieren an Ort und Stelle Ihres defekten Geräts, auch wenn es nicht von GOP ist. Sie sehen also, GOP ist auch für Sie da nach dem Kauf. So, und jetzt kommen noch die Aktionen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Zistig gibt es bei GOP GOP-Kaffee Excellento 250 Gramm statt 3,80 nur 3,30 und 500 Gramm statt 7,10 nur 6,10 Espresso 225 Gramm statt 3,10 nur 2,60 Alle Arni-Schokoladen gibt es jetzt 30 Kappen günstiger. Zwei Stück Kalbsbrotwürste offen oder wackverpackt gibt es jetzt für nur 2,10 Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Vollwäschmittel Omo statt 15,90 nur 13,90 Vollwäschmittel Dixan statt 15,50 nur 12,90 Gewäbverräter Teddydus Konzentrat 1 Liter statt 93 nur 92 Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020